Musik Wirklich der letzte Schritt. Danach kommt der Patient in das Fahrzeugverbrettungsdienst und wird dort weiter versorgen und gegebenenfalls, wie ich gerade schon gesagt habe, weggeflogen. Musik 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 So wird man erst mal zünftig gekleidet. So wird man erst mal zünftig gekleidet. So wird man erst mal zünftig gekleidet. So, ja, das ist der Wohnwagen Schnecke und nun stehe ich ihm gegenüber dem berühmten Wilfried Langner aus Lornförde. Hallo, bekannt aus Fernsehen, hallo. Und in zwei Jahren soll es nach Argentinien gehen, habe ich gehört. Und für nächstes Jahr sind aber nur irgendwelche Besuche von Traktortreffen geplant. Ja, da wünsche ich gutes Gelingen und gute Gesundheit. Dankeschön. Danke auch. Ich gucke mal auf ein Eis. Wir verschenken heute wenig Energie. Und wenn Sie sich fragen, wer verschenkt es, eins für dich, ja, nehmen wir gleich zwei, aber dann zwei, so hier auch noch Energie. Oh, dann müssen Sie sich fragen, wer macht das? Ja, wer macht das, ja. Die Firma Kek Energie Sammels. Heute wird Energie verschenkt und morgen können Sie schon das günstige Heizöl, das günstige Erdgas und günstige Stromhaus. Und wie gefällt es Ihnen hier in der Lüre? Ja, sehr gut. Ja, sehr gut.